Musik Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heut ist wirklich Schluss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ach ja, ich dachte, das war der letzte Tag vor der Schließung vom Europa-Park. Und ich nehme euch nochmal mit zum Fjord-Rafting. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Passt bitte auf euch auf und bleibt gesund. Martin Ich bin Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020